Die Schlossweihnacht in Aschach hat sich gewährt und ist nun im dritten Jahr zu einer echten Attraktion geworden. Auch wenn uns Petrus den Gefallen nicht tut und leider auch in diesem Jahr nicht für weihnachtliche Naturdekoration sorgt, so bietet der Markt trotzdem eine gute Gelegenheit, um in abwendlicher, entspannter Atmosphäre, ohne Zeitdruck und Hektik, gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen. Musik 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 Musik